Bei Promi BB, Werner Hansch Jörg Dahlmanns Vorbild Jörg Dahlmann, 63, geht nicht unvorbereitet in die Show. Der Fußball-Kommentator wagte etwas völlig Neues im TV, als einer von zwölf Kandidaten ist er nun im Container von Promi Big Brother zu sehen sein. Auch vor zwei Jahren gab es geballte Bundesliga-Erfahrung in der Sendung, und das mit Erfolg, denn Jörgs einstiger Kollege Werner Hansch, 84, gewann 2020. Das nimmt sich der Neuling nun zum Vorbild. Seine Kinder sollen zunächst etwas reserviert auf seine Teilnahme reagiert haben, erzählte Jörg im Gespräch mit Sat. Eins vor dem Einzug, doch er habe sie überzeugen können, ich habe Ihnen meine Motive erklärt und dass mir Werner Hansch vor zwei Jahren sehr gut gefallen hat. Fußballer David Odonkor, 38, der 2015 die dritte Staffel gewann, sei zudem ein guter Freund von ihm, beide sind in Bezug auf ihr Verhalten bei Promi Big Brother gewissermaßen ein Vorbild für mich. Anführungszeichen. Werner Hansch hatte viele Zuschauer mit seiner bewegten Lebensgeschichte berührt, im Container berichtete der Sportexperte nämlich von seiner Spielsucht. Ich fand das sehr beeindruckend. Seine Story, die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, führte Jörg seine Beweggründe weiter aus.